So liebe Freunde, jetzt geht's bald los. Nächster Sektor, lasst's sehen. So, was hole ich mir noch dazu? Das wären gute Maßnahmen. Das nehme ich aus mit 90, dann habe ich noch 40. So. So, wer mir jetzt in den Nick kommt, der wird echt langsam. So, 2er, 4er, 1er. Also, jetzt vor der Breitseite. So, wir haben jetzt kein weiterer Torpedo verschlossen. Oho, sehr gut. Jones an den Schildern hat jetzt auch voll das Level erreicht. Perfektes Timing. So. So. Hacking werde ich auch mal finden. Oh, den Antrieb kann ich auch noch finden. Das halte ich mir noch offen. In das Tarnsystem können Sie immer direkt drüber abschieben. Und wie ich das jetzt in den Trenn bekommen habe. Und wie ich es jetzt in die gonnae. So, zack und den Tarn. So. So. Boah, das macht jemand lang, echt. Macht echt nicht so viel Hüllenschaden. Stimmt natürlich. 45 plus 70, 0.15 könnte ich auch immer machen. Mein Evasion würde auch noch mal deutlich erhöhen. 40 Prozent, 10 Prozent mehr Evasion. Vielleicht schauen wir uns ja noch an die Links hinzukommen, an die Repair. So. Jetzt wird voll gespammt. So. Nächstes. Volle Gefechtsbereitschaft. Ich gehe rein. So. Mind Control auf den Piloten. Hacking. Auf die Schilde. Waffen feuern auf die Tarnvorrichtung. Okay, hat es den erwischt. Naja, warum auch immer. Sehr geil. Hat ein Loch reingeschlagen. Hervorragend. Okay, meine Schilde sind auch gehackt. Mit ihren Drohnen-Controller. Hier. Reparaturkruise. Sofort in Position gehen. Okay. Geht gerade hart schaden für mich. Okay, wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich jetzt hier mal die Schilde ordentlich auf Korn. Also. So. 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 Ach, da brennt es heute an die Scheiße. So, so, so. So, so. So, ich brauche echt wieder die Waffen. So, die nächsten Schilderung online. Irgendwie gleich mal vernichtet. Das ist schon mal was Beruhigendes. So, boah, haben die mein Schild zerlöchert. So. 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 überlegen. Sie haben verschiedene Drohnen. Sie haben keinen Teleporter. Sie haben richtig viele Wachen. Ich werde den Typ hier mal kontrollieren. Ich werde versuchen im Hacking hier ranzukommen. Und damit versuche ich jetzt mal, ich mache es mal so. So. Und diesen ist schon wieder weg. Sehr gut. Wo hängt der Fremdung irgendwo? Nee, ne? Andy Schildung, scheiß dem echt. Powersearch detected, alles klar. So. 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 So, immer noch keine Hacking-Grohne angekommen. Jawohl. Hm, ok, da ist ein Loch drin. Ok. Ok, das ist ein bisschen dumm bei diesen beiden, nämlich in einem luftleeren Raum. Sehr gut. So. Der wird schön gehackt. So, genau. Jetzt. So, du gehst hierhin reparieren. Du gehst hierhin reparieren. Du gehst hierhin reparieren. Du gehst hierhin reparieren und du gehst die Schilde. Was? Ich bin zerstörbar nach Scheiße. Okay Leute, irgendwie kriege ich's nicht hin. Bitte gib mal Tipps. Ich hör's echt nicht. Ich hör's wieder einfach aus. Das ist irgendwie viel zu sick. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mal in die Kommentare rein. Ich freut's. Ich freut's. Ich freut eure Ratschläge. Tschüss. Ich freut's. Ich freut's.